Jetzt hier zu begrüßen noch mal ins Mikro stöhnen. Oh ja. Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wieder der Oli für euch am Start mit mal wieder einer neuen Runde Kartenchaos. Und zwar heute mit mir der... Der Mr. Denkeler. Hallöchen. Ja, der liebe Benni ist mal wieder am Start hier seit langer Zeit mal... Oh ja. Ja, mal wieder hier vertreten. Und da wir jetzt gerade hier ein sehr lustiges Kartenchaos diese Woche haben, nämlich zu viele Portale, kennen wahrscheinlich schon sehr viele, weil es schon ein paar Mal dran war, wo wir praktisch eine Klasse wählen und es keine Diener gibt, sondern nur instabile Portale. Das heißt also alles komplett random, was da passiert. Nur die Klasse dürfen wir bestimmen und die zufälligen Zauber, die noch in dieses Deck kommen. Das wird ziemlich chaotisch und da suche ich mir doch aus meiner Freundesliste einfach mal den chaotesten Typ aus. Wird auf jeden Fall ein schönes Match. Auf jeden Fall. So, legen wir gleich mal los. Ich bin sehr gespannt, was so passieren wird, weil, ja, es kann wirklich alles passieren. Gucken wir mal. Vom Angry Chicken bis zum Deathwing. Ja, richtig. Aber ich habe halt schon mal einen goldenen Schamanen. Oh, also... Die Portale sehen gut aus. Ja, richtig. Richtig gut gezogen. Oh, shit. Okay. Dann gucken wir mal. Tja. Jetzt hast du die Kräu. Ich habe die Münze. Das ist, glaube ich, in dem Match-Ups oder wenn das hier gut, wenn du hast. Oh. Schön. Oh. So, was kriegen wir? Ich bin zufrieden. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Jan. Das ist ein richtiger Scheiß-Dreck. Wow. Was soll ich dagegen nur tun? Hm. Das da? Nicht vielleicht, aber immer, der konnte sogar einen Portale spielen. Also, das hat es gemacht. Ja. Also, sogar, wenn ihr in der Forscher-Liga gegen Rafam spielt und er mischt ihm die ins Deck und er spielt sie, sogar der sagt, warum tut ihr den Scheiß ins Deck? Nett Pegel! Nice. Du geiler Typ. Also, natürlich kriegt er so eine Legendary, weißt du? Klar. Was soll denn der Scheiß jetzt? Fand ich ganz nett. Ja. Super Zauber. Ein Random Spell. Heißt das aber, dass ich auch klassenübergreifend welche bekomme? Ja, ich glaube. Deswegen, nee. Vergiss es. Den lasse ich dir nicht. Tut mir leid. Das war jetzt gemein von dir. Tja, nee. Das ist zu stark. Bei der, in dem Terran Brawl, finde ich das zu stark. Los, Frosch! Angriff. Quack. Ich weiß nicht, ob ich will, dass du mehr Portale ziehst oder ob du nicht. Du kannst Zauber ziehen und das mag ich nicht. Nett Pegel. Oh Gott, was ist denn da los, Mann? Das ist so hart. Oh Gott. Ich will dich nicht in höhere Stufen kommen lassen. Ah, gut, dass ich keinen Waller gehabt habe. Waller-Krappe, oh Mann. Jetzt fehlt echt nur noch das Chicken und das was. Dann habe ich die schlechtesten Viecher vom letzten Spiel auf dem Feld. Da fehlt nur noch Mana Storm oder sowas. Du erinnerst dich noch an eine gewisse Sache aus Black Rock? Ja. Nicht an Kaltu-Satz, sondern an... ...Moga der Ogre. Oh Mann, das ist doch gemein. Hey, da wollte ich hin. Ach, jetzt trifft er, toll, danke. Wenn dieses Match nicht schon random genug war, dann wird es durch Moga der Ogre auf jeden Fall. Alles klar, natürlich. Oh nein. Oh, okay. War okay, danke. Ich habe immer noch die Chance, dass ich einfach so durchkomme. Deswegen ist eigentlich scheißegal, ob da ein Sportler steht oder nicht. Das ist trotzdem eklig. Stark. Jo. Yes! Boah. Nice. Sehr schön. Nice. Okay, die Krabbe ist tot und... Gut, der Frosch geht drauf. Ah, ja, gut, naja, geil. Der 1-1-er-Sportler, der war jetzt nicht zwingend für mich. Yeah, nett, was geht. Findlich mal was gezogen. Ja, ein Portal gezogen. Woooo. Ja. Das ist Müll. Das ist noch mehr Müll. Müll, Müll, Müll. Jo, also so Moga, der hat mir gerade eben schon so ein bisschen den Arsch gerettet, würde ich sagen. Ja, so ziemlich mülliger. Gott, oh Gott. Oh. Hey, noch mal eins weniger, das ist mies. Der ist stark. Och, ja komm. Nein! Nicht durch! Okay. Na gut, okay, jetzt hat sich das wieder so ein bisschen ausgeglichen, was wir vorhin haben wollten. Er hat keinen Flamestrike. Wer hat das da? Das ist aber ein Mädel. Geh durch! Ja. Boah, super. Okay, jetzt ist es wie gesagt, der weg. Das hätte wehgetan. Okay, ja, der ist weg. Soll ich deinen netten Pegel töten? Nein! Ich habe zu viel Angst vor diesen, ja, vor den Zaubern, die kommen könnten. Ja, das sollte gehen. Du solltest ja eigentlich keinen Vieh in deinem Deck nehmen. Nein! Deswegen ist der voll asozial. Der ist richtig assi, ja. So, ja, das ist Müll. Ich muss sagen, ich bin bisher ganz zufrieden mit meinen Viechern. Boah, glaube ich auch. Oh, eine Paladin-Karte. Vielleicht bekommst du ja den Mystic Challenger. Das wäre arg. Das war... Du hast keine Geheimnisse. Ja. Ich finde es... Es wäre trotzdem... Es wäre trotzdem... ...winnig. Alles klar. Okay. Es ist einfach alles Müll, was hier abgeht. So ein... So ein... ...Reihan, Mann. Na ja, das bekommen wir den schönen S. Ach gut, den nehme ich. Bye. Ich mach mal ein riesiges Gewehr. Also wenn du jetzt die Monstrosity tötest, dann war es schade. Dann war er nämlich für eine Arsch, das Werk. Ja. Das bringt mir gerade ein wenig. Lass mich überleben. Ah, ich pass' einfach so. Oh. Oh, was hast du so viele Karten auf der Hand? Oh. Ich weiß nicht. Komm mir fast so vor, als hätte ich den Netpay gezogen, ne? Ja, wirklich. Ich hab sie halt nicht so rausgehauen wie du. Tja. Tja. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, ja. Komm. Ich gebe mir Portale. Oh. Jetzt kommen sie. Oh, wirklich? Gott. Äh, oh. Wüstung, die passt. Na, oh Gott. Oh, wow. Wow. Oh, wow. Ähm, ja. Ja, komm jetzt. Ach so, ciao. Boom. So klirrt man. Das tut weh. Hm, schade. Ja, komm, du hast noch ein Portal auf der Hand. Das kannst du nicht spielen. Was? Das will ich so. Ah, nee. Du hast, äh, oh, ja, genau. Ins Gesicht? Ja, nicht to the face. Wieso nicht to the face? Weil du sonst meinen 8, äh, oder ich über Powerweg kommen würdest. Würde ich nie. Schlau, schlau, schlau. Und damit save, damit save ich nämlich genau ein Rüstung. Mal sehen, ob's da drauf ankommt. Ja, mal gucken. Wobei, eigentlich hört mir auch grad zwei Schaden zu. Egal. So, so. Tut sie das. Ey. Nice. Lass sie aber noch weniger kosten. Was ist denn los? Was ist denn? Sie bitte. Äh, jetzt haben wir probiert. Was ist das denn, Mann? So ne Rotze. Es braucht doch kein Mensch. Ja, immerhin. Oh ja, genau. Ja. Niemand kommt an mir vorbei. Ach so, weißt du, ich krieg da so ne Rotze. So ne Scheiße. Dafür bekommst du dieses hässliche Sporttotem. Ich hab den Pegel, Magma-Büter, äh, den Mörlong-Krammel. Der Magma-Büter war cool. Totengräber. Ja, ja, total. Oh, das ist alles scheiße, Mann. Ja, wenigstens krieg ich Rüstung. Ja. Ein bisschen. Ja, komm, gib mir noch mehr. Machst am besten auf den Toten. Ja. Oh, Mann, ey. So, komm. Save the day. Jetzt kommt's wirklich auf jedes Portal an. Oh. Oh. Das bringt gar nichts. Ja, nee, das bringt gar nichts. Du hast keine, denkst du, in deinem Deck. Die beste Karte vom Charmin. Die bringt dir gar nichts. Ja, das stimmt. Schade. Schade. Ja, ich mach auf den hier, dass ich noch los den Krieg komm. Ich kämpfe bis zum Schluss. Ja, so ist das richtig. Never surrender. Übrigens sein Motto. Er spielt ja sehr gerne kackschwere Spiele. Weil, du bist, also ich hab hier noch nie ausrasten sehen. Scheißegal, welcher Dark Souls Teil oder was ist ich. Oh, Mann. Machen wir es jetzt mal in den Ohren. Oh, shit. Nein, das war, es war aber falsch rum, das war blöd. Ja. Ja, komm, die eine Rüstung. Naja, schauen wir mal. Komm schon, gib mir doch ein Deathwing oder sowas. Ey. Am besten noch Spiegel gehen. Das wär's. Falls der Deathwing kommt. Ja, wirklich. Nee, ich krieg nur sowas. Sonst ist er da los. Was ist denn schon mal nicht? Ich hab so ein Pech. Oh, Mann. Oh, Jesus, was hab ich getan? Und ich hab jeden Tag gebetet. Wow. Wow. Dich angeflieht. Oli. Ja, ist drin. Guck mal. Cool. Super. Ja. Let's chant Fancy Pens. Deathwing. Glaub an das Herz der Karten. Glaub an das Herz der Karten. Was ist es? Rm Jesus, der ist so für dich. Der ist so, oh mein Gott. Er hasst dich das Spiel, Mann. Soll ich dir übrigens sagen, was mein Secret war? Was? Was ich von Anfang an gezogen hab. Eisblock. Ich hatte einen Eisblock auf der Starthand. Ey. Also das ging, was war denn das bitte? Und ne Eule noch in der Rückkarten, falls du noch irgendwas bekommst. Oh mein Gott. Ja, äh, das war... Ja, dezent einseitig, aber auf jeden Fall schöne Karten dabei gewesen. Also ich, ich hab mich, finde ich, gut verteidigt dafür, dass ich nur durchgehend Bullshit bekommen hab. Ganz klar, auf jeden Fall. Es war, es war richtig mies, das muss man sagen, aber... Die Monstrosity war das stärkste Vieh, was ich hatte, ey. Oh mein Gott. Na gut, war trotz allem ne witzige Runde. Auf jeden Fall. Voraussetzlich wird die nächste Lore in der nächsten Woche, hoffe ich, dass ich... Spätestens bis zum Wochenende hab ich's. Ich denk, bis zum nächsten Wochenende hab ich's. Die Guides werden, so wie ich es gerade beabsichtige, erstmal warten. Erstmal möchte ich die Lore durchkriegen. Zweitens hat mich auch noch ein Abonnent nochmal drauf aufmerkt, der macht, ey, dir fehlt ja eigentlich noch eine Review über Forscherliga, die steht noch an. Möglichst bevor die neue Erweiterung rauskommt, das heißt, ich hab noch zwei, drei Wochen. Und, ähm, ja, und vor allem, ich mein, es kommen neue Karten, es kommt ein neuer Spielmodus raus. Jetzt da gerade noch mit großem Aufwand ein Deck zu erstellen, was in ein paar Wochen einfach nicht mehr gespielt wird, weil einfach neue Karten da sind, halte ich für Sinn frei, deswegen ist es gerade so eine kleine Guide-Pause, dafür gibt's ja anderen Content und, genau. Ja, vor allem, du hast ihn jetzt ja gerade stark, das ist es, ja. Richtig, genau. Also. Wunderbar. Dann freu ich mich aufs nächste Mal, vielen Dank für, äh, für, an Benni fürs Mitmachen. Ich war gerne dabei, war sehr schön. Schaut doch auch bei ihm vorbei, größte Monster-Hunter-Action bei ihm vor allem an Start, auch noch diverse andere Projekte und, äh, ja, ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Haftung-Video. Also, over your Oli, over now. Ciao! Bis zum nächsten Mal.